hallo und herzlich willkommen bei pubg mit benny und bern ja moin und ist jeder mit dabei lange er war lange verschollen ja ich muss ich muss ich muss ein leben rappen es tut mir leid ich musste benny im lauter mann reicht das noch mal das dach zu kommen ja so ich bin auch oben ich kann gucken ich bin ich bin ich habe mich gerade erst mal ich lauter machen müssen weil ich habe gemerkt wenn den letzten malen irgendwo du warst leiser ich weiß nicht ob das jetzt passt ich kann es ja jetzt leider schlecht hören aber ich höre es mir dann diese aufnahme an sehr schauen gucken wir mal dass wir dich und vielleicht auch bernd ich weiß ja nicht wie laut leise er jetzt ist die weiße doch auch nicht ich kann es ja auch nicht sagen aber das ist für runde ich habe gerade m24 darf ich den ersten headshot geben bevor wir das machen ich habe eine vectore ich habe bestimmt keine pistol runde und ich brauche auch eine weil ich nämlich mp spielen muss muss ja unbedingt ich muss unbedingt mp spielen weil ich da noch kürze brauche vektor ja dann war ich ja auch aber den weisen erweitert das magazine und dann geht's los das kann weg ja erweitert das mech aber für die falsche waffe die würde ich mitnehmen so ja wir sind hierbei bei der schule immer sind wir können jetzt auch auf revolver und pistole umsteigen ich habe jetzt auch was passendes dafür das war auch nur das verfahren ich bin gerade wieder vom dach runter nur das dach immer weiß ich viel zonen technisch müssen wir eigentlich schon ich brauche erstmal noch staff kaum heilung gefunden ja ich brauche noch anbauteile und sniper rino bräuchte ich auch also falsch die habe ich aber zu ökologen technisch ich habe jetzt schnellen auto und da habe ich doch eine sks falls jemand darauf lust hat die ist ja auch gut ich habe jetzt 24 mit also auf dem dach einer sks wenn ihr hoch kommt rechts also wenn er aus dem durchbruch ausgeht die ist gut damit er ist ja gut gespielt ich bräuchte tatsächlich noch erweitertes magazin für mp in dieser in diesem hörsaal da ist auf jeden fall 1 toni in deinem ok ja daher da und dann gehe ich da mal hin ich mache erst hier die ecke fertig vorher noch was liegt und ich das hier ist noch eine vector aber ihr habt alle ne ja ja vector und sks jetzt okay ich würde mit wenn ich eine finde dann habe ich komme ich habe noch kein kraftwerter ist aber noch weiter also läuft ein bisschen ich entschuldige mich dafür schon mal ist halt echt so an ketten zum schniefen was das ja noch hier auch halber griff ist auch wichtig hier bei mir direkt vor mir sehr schön dankeschön das ist so wichtig ja bei der vektor ist lebenswichtig ja also sonst 19 schuss direkt treffen wir müssen sonst komplett drin sein oder du musst danach also wenn ich mir läuft sogar los vom auto ja ich weiß so aber hier sitzt nur einmal dahinten ist ein anderes aber dann fahre ich mit dem zu dem anderen und weil das ist nämlich nur ein zweisatz ja die sind nicht so gut wenn jemand noch ein dreifach scope sieht würde ich nehmen ich hätte noch ein bisschen kann leider hier in der tasche ja weil sie brauchen und ich habe noch einen platten geschossen hier ist noch ein erweitertes magazin für mp falls jemand noch mal weiter das haben möchte habe ich schon tony auto kommt ja wissen ich bin da die bims alter okay tschüss bären wir gehen los das war nicht die handbremse ne ich wollte eigentlich handbremse aber wo ist denn handbremse ja gibt's nicht dreieck was so kreis hätte ich jetzt gesagt in deiner stelle warte ich muss erst mal ein ersterhilfe set hier rein schmeißen ja ob alle außen noch neu ich habe zum glück vier eingesteckt war ja habe ich auch dabei ja nur energies brauche ich jetzt leider ein paar 1 hat gereicht war wenn ich mal wie viel ändert wie viel medik es er dabei hat mediko es geht los es geht los ist das so ein idiot das geht im auto nicht kann man ja steig ein ja ist war es war das zu frage gut wie viele medik es 2 gleich noch ein scheiße Das war gut. Belly down, made it, made it. Heute ist es glaube ich. Ja, heute ist es witzig. Die Runde ist echt geil. Lasst ihr gleich jetzt mal raus. Hier, da, da machen wir blaue, blaue Dings und dann, äh. Nee, wir müssen ja über die Brücke, Kollege Schmalfuß. Schmalfuß? Ja, können wir gleich. Lassen wir erstmal hochreilen, sonst ist es auf der Brücke gleich wieder down. Dann, dann hier. Nutzt mal hier, ich gebe dir mein Medikid ab, weil ich vier habe. Kannst du eins von mir wieder kriegen. Hier, hast du eins. Dazu wieder. Steck da mal ein und bleib mal sitzen. Wenn ich das, ich weiß nicht, wie du das hingekriegt hast, aber es war geil und ich sag das vorher auch noch. Kreis. Warte, lass ich mal gucken. Zack. Wer solche Freunde hat, weißt du? Ja. Ey, beide down, nix gewesen. Hat halt immer was zu lachen. Wollen wir hier noch looten, oder nicht? Ja, leider sind wir noch looten. Ich würde gerne nochmal gucken, weil ich habe noch nicht viel. Nicht viele Medikids hat er. Ich habe eigentlich alles, aber ich gucke trotzdem mal mit. Was brauchst du denn? Ja, ich bin alles für Vektor, Anbauteile und. Also ein Magazin hast du oder? Ein Magazin habe ich. Hier wäre noch ein erweitertes. Schalli würde ich noch, obwohl ich würde noch eine. Mk12 oder Dragunov würde ich noch bevorzugen? Dragunov würde ich auch noch so. Mk12, sagst du? Ne. Warte. Oder was haben wir hier? Oh, ich habe ein SLR. In dem nehme ich auch. Mk12. Ja, ist noch eine Pfann. Ja, bei mir ist ein Sechsfachscope oben. Oh, das würde ich nehmen. Ich komme. Und noch 9 mm, äh, 30 Schuss. Ich habe 300. Hier ist Sechsfachscope. Und hier drin sind noch 30 Schuss 9 mm, falls jemand das hat. Das hat er nicht. Das hat er nicht. Da war 9 mm, obwohl er hat 250 Schuss. Ja, nimmst du noch mit, hast du dabei. Wiegt ja nichts. Aber es ist besser wie brauchen, ne? Ist so. Und ich habe noch einen Kompensator von der MP, falls du den noch nicht hast, weil ich bin Schalli gerade hier gefunden habe. Ist oben bei mir, übrigens. Ich lege den dazu, zu den 19 mm, ne? 19. Leg den dazu. Der ist da. Oh, ich kann lieber, ey. Kaliber 19. Das noch mit. Ich bin damit auch ausgestattet. Hast du mir die Kälte? Eigentlich. Benjamin, ihr Sechsfach, hier oben. Nice, nämlich. Hast du mir die Kitz? Ja, ich glaube, du brauchst ein paar. Und da müssen wir weiter, ne? Ich habe jetzt nur drei, war hier nicht noch eins. Runternehmen können, ne? Ey, meine Tasche ist voll. Ja. Aber hier jemand drin. Der Fette hier wieder hoch. Ja, da ist mein Viertes wieder. Zack. Aber noch ein Dreifachs Corp. Oh, Schmerz mit Öl. Ich weiß auch, zweite Granate, die wir noch ein Schmerz mit einem Paar. Yo. Ich brauche Granaten. Hier ist noch ein roter, halber Griff, ne? Habe ich schon. Okay, gut. Wo ist die andere Hälfte? Ja, die hast du gerade beim Aussteigen aus deiner Hosentasche verloren. Da ist das Hinterrad leider drüber gerollt. Mann, 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 ey. Ach, das war witzig. So, jetzt aber ernst hier. Voll die Fehlrunde, ey. Warte, nee, mehr nach hier. Mehr nach hier? Woher? Mehr nach blau. Ja, weil da ist, ja. Haben wir eigentlich schon mal einen gesehen oder gehört? Nein. Nee. Wir spielen heute alleine. Wir bringen uns schon selber um. Das kommen wir gut, ey. Wir brauchen keine Feinde. Aber nee, ich habe tatsächlich noch nichts gehört. Gar nichts. Auf uns wurde ja noch nicht mal geschossen. Reicht der, so. Ja, da ist keiner. Oh, da hinten ist ein Auto gespawnt. Oh, da ist ein Auto gespawnt. Geh mal auf die Hütte da oben. Einfach der Straße bis zum Ende folgen. Einfach der Straße folgen. Welche Hütte? Die Hütte? Ja, da oben da, oder? Da will ich doch die Chance machen. Oder dann fahr hier vorne zu der Hütte. Ist mir auch egal. Bleib hier irgendwo. Du brauchst noch Kills. Ich muss auch noch was machen. Benni muss noch was machen. Hier rechts. Ob der wohl drei Magazine jetzt in den Schuss hat, ey? Der hat noch, äh, keine Ahnung. Ja. Der hat noch ein Loch im Kopf. Nicht nur da. Lass uns mal hier in die Richtung Osten, Nordosten gehen. Ja, wegen Zona. Warte, wir könnten hier oben aufs Dach vielleicht. Wir müssen schnippern. Pass auf, wir könnten irgendwo noch welche hocken. Nee, das ist nicht in der Zone. Nee, das taucht nicht. Das linke Haus. Das da, das hier können wir nehmen. Was sind das für Lampen? Wenn da zwei, sagen wir mal, die zwei Lampen, sind das für zwei Wiederbelebungen und das war's? Oder wie läuft der Lachs? Weiß ich nicht. Wo weit habe ich noch drüber liegen. Dann müssen wir dich jetzt einmal kurz töten und kontrollieren. Ja, ich denke, ich glaube, weil... Ich glaube, das hat nix zu sagen. Meinst du nicht? Ja, M24. Ich glaube, die... Ich weiß es nicht. Ich glaube, da hat tatsächlich irgendwas... Hat das was zu bedeuten. Hier zwei Lampen meinst du? Da sind zwei Lampen runter an. Die leuchten blau. Wiederbelebungsgedöns. Genau. Ja, 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 ja. Ich bin so ein Schmerzmittel bei mir. Zack. Und wenn du eine Wiederbelebung hast, ob dann eine Doppellampe davon quasi weg ist. Na, wollen wir... Na, ich hatte eigentlich auch schon Lust gerade, aber... Mir wurde dann gesagt, nee, ist nicht. Ich möchte nicht stillstehen bleiben, ne? Ja, ich... Ist immer nix... Also eigentlich ist gerade nur hinten der Hügel gefährlich. In der nächsten Runde müssen wir irgendwo landen, wo es diesen komischen Jackpot-Automaten gibt. Da hier für... Ja, weil... Da musst du einfach nur zum Deiner. Ja. Aber wir landen ja nie dort, oder fahren auch die Thea. Also wir kommen mal dran vorbei, sagen wir mal so. Außer, dass du jetzt dann gerade, wer rennt hier denn? Ja, die habe ich auch gerade dabei. Doch kannst du es... Noch kannst du es dir überlegen. Oh, 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 oh. Lass mir den. Meins, 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 meins. Meins, meins, meins. Er hat auf mich geschossen. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wo der auf mich geschossen ist. Höhen, aber ich sehe ihn nicht. War das ein Spieler? Nee, 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 nee. War das nicht der, der auf mich geschossen hat. Das war das nicht, nein. Der ist da oben. Das ist aber auch nicht der. Tod. Ja, da kommt noch ein Rasse zu. Ja, ich sehe es. Huah. Was? Den habe ich auch im Lauf. Da kommt noch einer Toni, da hinten ist noch einer. Da. Ich habe überall die Bäume davor, das ist doch total unfair. Hinter der Hütte müsste es sein. Warte, da. Ach so, der ist noch. Der ist noch einer. Aber der müsste noch einer sein eigentlich. Oder der ist außen rum gelaufen, das weiß ich. Wer ist jetzt aber mit dem Fallschirm? Wer? Wer hat Fallschirm von euch? Wo ist denn der? Dann ist der ja auch schon gestorben. Oder der ist nochmal zurück gelaufen. Keine Ahnung, aber ich sehe da gar keinen. Ach du Scheiße, wir müssen laufen. Ja. Scheint so. Lass uns hier über den Hügel, oder? Hi. Alter. Lass mich da erst rüber. Danke. Ich habe trotzdem schon mal. Noch ist das hier alles ruhig. Könntest du mal ertrunken? Junge, Junge. Ertrunken, ja. Passiert den besten, ne? Ich hätte unsere Symbole gerne mal gesehen. Oh, da fährt ein Auto vor mir. Ich bleib mal unten. Ja, fährt nach links rüber. Ja. Sehen nicht. Na, 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 na. Das Auto steht sehr verdächtig. Ja, da läuft noch einer. Richtung Haus. Das war ein Spiel, habe ihn. in dem haus in dem haus ist noch einer mich hat einer erwischt ja ja ich gehe mal ein bisschen näher ran ihr könnt ihr noch ein bisschen ablängst vielleicht dem haus hier beim auto oder das mit dem gelben dach also zone 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 guck mal hier war hier steht ein auto zone ja sonst fahr ich die gleich platt der holt den einen wieder der belebt ihn wieder habt ihr die leute hinter mir auf dem schirm den vorm habe ich ausgenockt also dem haus sehe ich gerade keine die müssen dabei sein welche gestorben ich weiß nicht wenn die stürmer sind noch drin ich bin noch drin er hat gesehen wo unten und dann ich habe den da in der tue die granate zugeworfen ja das ist meine okay wir sind aber wahrscheinlich so von euch aus gesehen mehr links oder noch eine blau zonen granate hin macht doppelt schaden da ja das ist ja noch wieder abwirrend aber die zieht doppelt ab das heißt sind gezwungen was zu machen also immer noch eine granate auch leider aus aber das war so knapp daneben und auch eine blauzungen granate rechts vom haus schmeißen die kommen rechts vom haus glaube ich runter raus ach wenn überhaupt wo ist er spielbereich ja die sterben da jetzt die modi ist aber weit hinten das überleben sie auf dem hausdach leider abgeprallt das überleben die doch gar nicht die blauzone war hinterm haus ja ich sage hätte ich aufs dach geworfen ist leider weggeflogen durch ja also die müssten jetzt eigentlich tot sein ja hier einer ist ja ich habe ach das war der andere nee das war nicht der beim haus das muss es gewesen sein das kann doch nicht ja also lange können die sich nicht so schnell heilen genau und dann ist ja auch schon frohletze zonen oder so und ich sehe auch wieder ein oder die snacken da dauerhaft irgendwelche das kann ja auch nicht selber haben die doch gar nicht oder ne, irgendwann ist vorbei ja das ist auch nicht tun ja nach dem bau habe ihn ja auch sehr gut bei mir ist einer ja ich gehört da sind zwei jahre ich muss über mp kids machen alter mit victor auf richtig entfernung ja ja das geht ja habe ich schon gesagt dass diese waffe liebe es ist noch ein gegner gut ja ja der ist bei mir weiß man ich wollte gerade drauf schießen wie die runde anfänger hätte ich nicht gedacht dass wir das noch rocken aber ja also ich wüsste jetzt nicht warum das bei uns nicht klappen sollte ich weiß auch nicht dass wir nicht ja war doch nice dann sagen wir hier danke fürs zusehen lass gerne ein like dafür so eine katastrophenrunde bis zum nächsten mal auf jeden fall und ciao ciao tschüss